Das ist ja auch keine kleine Summe, 250 Tablets. Kommt drauf an, von welcher Firma die waren. Das war eine berühmte mit einem Obst. Also wenn das nicht mit dem Obst ist, dann war es eine große Summe Geld, die da investiert wurde, weil die Obstfirma ist schon sehr hochpreisig. War ein ganzer Obstkorb. Und in Schweden, das finde ich ja sehr aufregend. Jetzt kommen wir von Berlin auf einmal zum Schweden, da muss das schon eine Überleitung noch machen, oder? Okay, also wenn so ein Obst irgendwann mal fault, dann wird das ja öfter dann doch dunkel, fast schwarz. Apropos schwarz, du, wenn man in Schweden schwarz fahren möchte. Was? Du wolltest eine Überleitung, jetzt hast du sie. Aber nicht so eine. Ja, jetzt lebt damit. Ich möchte mich für diese Überleitung bei allen ZuhörerInnen entschuldigen. Meine Güte, jetzt sei doch nicht so spießig, Margot. Gehät defensif. Und ich fühle mich auf, wie du, wennja ich mich für diese Überleitung nochotional sein. Ja, jetzt wird dich in Gang. Okay, bitte lurk. Tudo inade, man sich ohne erfoud. Und ich mir einốn schon submarine. Du wirst doch初. Vielen Dank.